Moin moin liebe Chromebook-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge So geht Chromebook. In meiner heutigen Folge schauen wir uns einmal kein Chromebook an, sondern eine Tastatur. Jürgen hat beispielsweise gefragt, ob ich neben einer Empfehlung für Monitor, Maus etc. auch eine Empfehlung für eine Tastatur habe. Und ich habe mir tatsächlich vor kurzem die Logitech MX Keys gekauft, die ihr hier vor mir seht. Und ich bin wirklich sehr begeistert von dieser Tastatur und deswegen habe ich gedacht, mache ich da doch mal ein kurzes Video dazu, damit ihr wisst, welche Tastatur ich euch ohne Bedenken empfehlen würde. Eine Sache natürlich vorab, die Logitech MX Keys hat natürlich ihren Preis. Also das ist eine Tastatur, die etwa 100 Euro kostet. Wenn man da unten noch die Handballenablage dazu nimmt, dann liegt man schon etwa bei 120 Euro plus minus. Und das ist natürlich schon ein happiger Preis für eine Tastatur. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch in der Community Leute gibt, die gerne eine wirklich hochwertige Tastatur gerne hätten, weil sie so wie ich einfach sehr viel schreiben und dann auch einfach eine Tastatur haben möchten, wo das Schreiben noch schneller fällt als ohnehin schon. Ja, und da kann ich schon mal vorab die Logitech MX Keys wärmstens empfehlen, weil das eine Tastatur ist, die sich so angenehm tippen lässt. Das hatte ich tatsächlich bis jetzt noch nicht und das wollen wir uns doch jetzt einmal gemeinsam anschauen. Und starten wir doch einmal mit der Haptik von der MX Keys. Und also das ist wirklich ein sattes Brett, was man hier in der Hand hat. Ist wirklich relativ schwer. Sieht gar nicht so aus, weil die sieht eigentlich relativ leicht aus oder relativ klein aus. Aber Logitech hat hier welche Materialien auch immer verwendet, um das Ganze ein bisschen schwerer zu machen. Also das ist jetzt hier, glaube ich, auch kein Metall, aber es fühlt sich irgendwie an wie ein Stein, den man hier in der Hand hat. Und das haben die wirklich ganz gut gemacht. Wenn man die MX Keys in der Hand hat und versucht so ein bisschen zu biegen, dann hört man so ein kleines Knarzen. Aber ehrlicherweise, ja, das macht man natürlich nie, sondern man hat eigentlich das Keyboard laufend vor sich liegen und tippt da drauf. Und wenn man das vor sich liegen lässt, ja, da knarrt es natürlich wirklich nichts. Also das ist wirklich, ja, 1A. Die MX Keys hat einen relativ geringen Tastenhub. Also es ist jetzt nicht so, dass die Tastenhöhe besonders hoch wäre. Und ich hatte eigentlich erst gedacht, dass eine mechanische Tastatur für mich genau das Richtige ist mit einem hohen Tastenhub, weil man dann, ja, irgendwie ein besseres haptisches Feedback hat und schneller tippen kann. Aber ich wurde tatsächlich eines Besseren belehrt. Und die Tasten, ja, haben zwar einen geringen Hub, aber die fühlen sich wirklich an wie Steine. Also es fällt mir ehrlich gesagt schwer, eine treffendere Beschreibung zu finden, als zu sagen, dass sich sowohl das Keyboard wie ein Stein anfühlt, als auch die Tasten. Ja, das fühlt sich einfach wirklich sehr, sehr massiv an und sehr, sehr schwer an. Logitech selber sagt auch, dass sie die Tastatur für Programmierer und so weiter und so fort konzipiert hat. Ja, normalerweise verbuche ich sowas eigentlich immer unter Marketing, bla bla. Aber, ja, hier habe ich wirklich das Gefühl, dass es eine Tastatur ist, die für viel tippbar geeignet ist. Wenn wir uns einmal die Tasten selber anschauen, dann erkennen wir hier beispielsweise, dass es sowohl für Windows geeignet ist, als auch für Mac natürlich. Also, dass man hier sozusagen die Doppelbelegung hat, sowohl die Mac-Tasten als auch die Windows-Tasten. Aber da wir hier natürlich bei So geht Chromebook sind, sei natürlich auch noch erwähnt, dass diese Tastatur sich wunderbar mit Chromebooks auch verwenden lässt. Darüber hinaus haben wir natürlich hier auf der rechten Seite auch ein Numpad natürlich. Für mich persönlich ist die Tastenbelegung auch wirklich gut. Also, mir ist zum Beispiel immer sehr, sehr wichtig, dass die Steuerung oder Control-Taste hier ganz hinten links ist, weil, ja, ich habe das einfach so gelernt, wenn ich Steuerung C, Steuerung V etc. mache, dass ich dann die Taste ganz hinten links habe. Es gibt manche Tastaturen natürlich, die da die Function-Taste haben. Ja, da würde ich dann überhaupt nicht klar mit kommen. Deswegen finde ich persönlich das ganz gut, dass die Steuerungstaste hier hinten ist und die Function- oder Funktion-Taste, die haben wir hier. Wenn wir einmal die Tasten hier oben anschauen, dann hat man natürlich so die Standardfunktionen eigentlich, die man in der Regel braucht oder auch nicht braucht. Also, sowas wie Helligkeit erhöhen. Hier zum Beispiel Play oder Pause-Button. Lauter, Leise oder Mute. Das sind natürlich so die Standardfunktionen. Und hier kann man beispielsweise auch natürlich drei Geräte gleichzeitig eigentlich per Bluetooth verbinden. Das heißt, wenn ich das eine Notebook habe oder das eine Chromebook habe, könnte ich sozusagen auf den Kanal 1 gehen. Wenn ich dann aber mit einem anderen Notebook oder Chromebook oder Macbook, wie auch immer, schreiben möchte, dann kann ich auch relativ schnell einfach auf die 2 gehen. Ich stelle dann den Kanal um und man kann dann einfach auf der 2 direkt auf dem anderen Chromebook weiterschreiben. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn man in einem Haushalt mehrere unterschiedliche Geräte hat. Geladen wird die MX Keys übrigens über USB-Typ C. Und wenn ihr wissen wollt, was USB-Typ C ist und was USB-Typ C alles kann, dann schaut euch gerne mal dieses Video hier an. Da habe ich das nämlich erklärt. Ansonsten haben wir hier noch einen Ein- und Ausschalter. Jetzt habe ich das Ganze gerade ausgeschaltet. Und wenn ich das anschalte, dann kommen wir direkt zum nächsten Highlight. So, und damit wir ein besonderes Schmankerl der MX Keys hier einmal beleuchten im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eigentlich ein ganz schön schlechter Wortwitz, aber gut. Kommen wir zu der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur. Und das Besondere dabei ist, dass sie nicht dauerhaft aktiv ist, was natürlich der Akkulaufzeit abträglich wäre, sondern wir haben hier eine Hintergrundbeleuchtung. Und die Hintergrundbeleuchtung wird dann aktiviert, wenn wir mit unseren Händen in der Nähe der Tastatur sind. Also die Tastatur erkennt dann selber, ob die Hände in der Nähe sind. Und natürlich, wenn getippt wird, dann geht das natürlich dauerhaft an das Licht. Aber jetzt hier sieht er sozusagen, dass ich in der Nähe bin. Wenn ich jetzt meine Hände wegnehmen würde, dann würden natürlich auch die Tasten nicht anfangen zu leuchten, wie wir hier sehen können. Also hier bleibt alles dunkel. Und wie von Zauberhand sozusagen geht es jetzt wieder an. Auch die Hintergrundbeleuchtung finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool gemacht. Also wie die Tasten leuchten. Und das ist wirklich sehr, sehr hell und ist auch sehr, sehr gleichmäßig. Also eine rundum gelungene Ausleuchtung eigentlich. Angeschlossen wird die Logitech MX Keys übrigens über diesen kleinen Dongle mit USB-Typ A. Und das funktioniert wirklich Plug-and-Play mäßig. Das heißt, ihr könnt sowohl auf einem normalen Notebook als auch natürlich auf einem Chromebook oder einem MacBook beispielsweise das Ganze einfach einstecken. Und ja, die Tastatur wird automatisch connected und ihr könnt sofort lostippen. Kommen wir nochmal zu einem kurzen Soundcheck. Also wie sich die Tasten anhören. Denn ja, gerade viel Schreiber, für die ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass die Tasten nicht irgendwie stören oder sehr laut sind. Und gerade wenn man mit dem Gedanken spielt, sich eine mechanische Tastatur zu holen, dann weiß man ja eigentlich, dass die in der Regel relativ laut sind. Wobei es natürlich auch wieder auf die Switches ankommt und so weiter und so fort. Ich kann nur sagen, die MX Keys hat einen sehr angenehmen Klickton und deswegen empfinde ich das jetzt nicht als störend. Und finde eigentlich auch, dass das eine gute Mischung ist aus einem, ja natürlich auch akustischem Feedback, wenn man eine Taste drückt. Aber dass es jetzt nicht so ist, dass man irgendwie genervt ist. Und deswegen bin ich jetzt einmal still und tippe einfach mal ein bisschen, damit ihr hören könnt, wie sich das Ganze anhört. Also wie ihr gerade gehört habt, ist der Ton nicht sonderlich laut, auch nicht sonderlich leise, sondern ist eigentlich wirklich ganz angenehm. Und ich muss wirklich sagen, es macht wirklich Spaß, auf dieser Tastatur zu tippen. Also wenn man ein Vielschreiber und ein Vieltipper ist, der kein Problem damit hat, auch längere Texte zu schreiben. Also ich muss sagen, ich war wahrscheinlich als Kind viel zu viel vor dem Computer und habe deswegen zehn Fingertippen gelernt, ohne dass ich jemals irgendwie einen Kurs gemacht habe. Und wenn man dann die ganze Zeit dabei ist zu tippen, dann merkt man natürlich Unterschiede schon bei den Keyboards. Und ich hatte zum Beispiel auch Bedenken, ob ich so ein flaches Keyboard überhaupt so angenehm benutzen kann zum Tippen oder ob ich hier auch so eine Unterlage brauche. Aber weil die Bauhöhe eigentlich so flach ist und irgendwie doch so ergonomisch, obwohl es eigentlich nur ein Brett ist, komme ich damit auch wirklich sehr gut klar. Und nochmal, also das Tippen geht so leicht von der Hand. Wenn man sich hier mit dieser MX Keys erstmal eingetippt hat, dann lassen sich, glaube ich, wirklich Texte auch schneller schreiben. Und dieser Effizienzgewinn, ja, der war es mir jetzt einfach mal wert, dass ich hier um die 100 Euro für diese Tastatur bezahlt habe. In diesem Sinne möchte ich euch wirklich die Logitech MX Keys wärmstens ans Herz legen, wenn ihr eine sehr gute Tastatur haben wollt. Ich verstehe natürlich total, wenn ihr irgendwie sagt, sag mal, ist der total bekloppt, ich hole mir doch keine Tastatur für 100 Euro. Das verstehe ich natürlich vollkommen. Also es gibt auch super Keyboards für, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Euro. Aber ich denke einfach, wenn man viel dabei ist zu tippen, dann lohnt es sich irgendwann schon, den einen oder anderen Euro vielleicht auch mehr zu investieren, weil man ja jetzt eigentlich nicht jede Woche sich ein neues Keyboard holt, sondern das ist ja eigentlich eine Investition. Also ich erwarte mir jetzt eigentlich nicht, dass ich in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren eine neue Tastatur hole. Und dafür, sage ich mal, gebe ich dann doch lieber ein paar mehr Euros aus, wenn mir das Tippen dann einfach noch leichter von der Hand geht. Ich hoffe, dass euch dieses kurze Video gefallen hat, auch zum Zubehör. Lasst mich doch gerne wissen, ob ihr weitere Zubehörempfehlungen gerne von mir haben würdet. Lasst mir gerne wissen, was ihr von der Logitech MX Keys haltet, ob das irgendwie auch für euch in Frage kommt oder ob es halt eben vielleicht doch irgendwie zu teuer ist oder weiß ich nicht, ob euch irgendwie etwas stört. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Und wenn ihr gerne mehr Videos zu Zubehörthemen haben möchtet, schreibt es mir doch gerne unter dem Hashtag SogehtChromebook in die Kommentare. Checkt auch gerne meine anderen Videos und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Damit ihr kein Video mehr verpasst in Zukunft, abonniert gerne den Kanal, da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Und aktiviert die Glocke, damit ihr auch direkt eine Benachrichtigung erhaltet, wenn ein neues Video online geht. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.